Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem PR-Baits YouTube-Kanal. Heute, 9.4., wir feiern mit euch heute unser fünfjähriges Jubiläum. Wir haben auch unser neues Logo, das habt ihr ja im neues vom Baitmaster-Video gesehen. Ihr seht im Hintergrund, es liegt Schnee. Man könnte meinen, wir feiern Weihnachtsfeier heute. Wir sind auch schon fleißig gerade dabei am Aufbauen. Und wir nehmen euch heute auf jeden Fall mit durch den Tag. Wir freuen uns, dass ihr kommt und seid gespannt und freut euch auf dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben einige Impressionen in dem Video für euch und auch Danke an mein Team, dass ihr total reich da wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.